Ich habe vor einiger Zeit eine Platte in die Hand bekommen, da war ein Mann genannt Franco Andolfo. Und da waren einige Titel drauf, die mir sehr gut gefielen und ich habe mir gedacht, jetzt möchte ich den finden und fand den tatsächlich, er ist Italiener und ist seit 10 Jahren, spielt er in Wien in einem Nachtlokal. Ich habe gesagt, Franco, raus, du musst bei uns einmal auftreten, hier ist er, darf ich ihn vorstellen, guten Abend Franco. Der Franco hat auf der Platte vor allem etwas, das ist ungeheuer und zwar, als ich zuhörte, dachte ich mir zunächst einmal, Moment einmal, das ist doch der, und jetzt sollen Sie mal raten, wer das ist. Kannst du uns da eine Nummer anbieten davon? Sing mal eine. Die Leute sollen selber raten, wem du da so ungeheuer ähnlich siehst. Ich danke dir, Franco, danke. Vielen Dank. Bisher ist es uns ja nie gelungen, den Adriano Celentano daher zu bekommen, er wollte etwas mehr Kleingeld, als wir ihm bieten können, aber jetzt haben wir unseren eigenen.